Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik und ihr ahnt es, Sonntag ist Verlosungstag. Ja, Sonntag ist Verlosungstag und speziell diesen Sonntag gibt es sogar zwei Verlosungen, die ich euch nicht schuldig bin, aber die Verleiher lassen mir immer gerne Sachen für euch zukommen, die wir natürlich verlosten. Eine Sache, weil ich will die Filme ungern, diese Verlosung, zusammen in eine packen, ist jetzt hier um 15 Uhr, wie immer. Die nächste lade ich um 20 Uhr noch hoch, also heute sogar zwei Videos mit zwei Verlosungen, wo ihr mitmachen könnt. Und wie ihr im Titel schon seht, wird jetzt erst einmal verlost der Film Sex on the Beach. Die Woche habe ich eine Kritik dazu gemacht, ein sehr andersartiger englischer Film mit sehr viel englischem Humor, den man unbedingt in Originalsprache gucken sollte. Kritik gibt es hier unten. Und ich habe für euch drei Blu-Rays, äh, Sria, Blu-Rayser. Und, ähm, ja, eine ist mal wieder offen, weil ich musste den Film ja selbst gucken. Irgendeine ist offen, die hier. Und das Ganze hat, glaube ich, kein Wendecover zur Abwechslung. Ein Film, der doch ziemlich witzig ist, beziehungsweise wo jeder was zu lachen hat, äh, da er halt mit diesem englischen Humor daherkommt, sehr fäkal ist an der einen oder anderen Stelle. Und, naja, man fragt sich so ein wenig, wo dieses FSK 16 unbedingt herkommt. Aber es ist okay, man kann sich typisch unterhalten, wenn man vor allem englischen oder britischen Humor mag. Gibt es halt hier die Blu-Rays in gestochen scharfer Qualität mit einigen Extras, aber die müsste ich jetzt hier irgendwie, äh, raussuchen. Das Ganze übrigens so ein wenig, eine Adaption oder ein Film zu einer etwas zurückliegenden Serie, The Inbetweeners. Äh, wenn ihr Interesse habt, diesen Film zu gewinnen, dann einfach einen Kommentar in die Kommentare schreiben. Das Ganze wird dann per random.org ausgelost. Der Film hat am 20.07. release, da wir heute den 15. haben, lassen wir es einfach zwei Tage laufen bis zum 17. Also ihr habt bis Dienstag um 15 Uhr Zeit, wenn dann mal eine neue, äh, wenn dann wieder mal eine Kritik online gestellt wird. Bis Dienstag 17 Uhr habt ihr, äh, 15 Uhr, ich komme völlig durcheinander, Zeit, einen Kommentar in die Kommentare zu schreiben. Aber am besten nicht 10 oder 20, weil ihr ansonsten bei einer Zufallsverlosung eure Chancen auf unfaire Art und Weise erhöhen würdet. Und ja, den Gewinner oder die Gewinnerinnen, das sind ja dann drei, schreibe ich per Direktnachricht per YouTube an, braucht einen Namen und Adresse und ihr kriegt euren Gewinn zugeschickt. Selbstverständlich, so einfach wie es klingt, so einfach ist es auch und so einfach läuft es. Also, drei Blu-Rays im Angebot. Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Einfach in die Kommentare, am besten immer was Nettes. Sonntags wird man ja keine schlechte Laune haben. Und vergesst nicht, um 20 Uhr kommt heute noch tatsächlich eine zweite Verlosung und ich hoffe nach wie vor, es ist in eurem Interesse und freue mich, wenn ihr immer mal wieder vorbeischaut. Und dann sehen wir uns dann gleich um 20 Uhr wieder. Deswegen mein Endspruch heute mit um drei erstmal wegfällt. Also bis gleich um acht. Das klingt gut, ne? Bis gleich. Ciao. 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 Ciao.